Guten Abend meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie vom heutigen Spitzenspiel zwischen den Popov-Skorpions und den Fakadien-Unterfellenführern, Rekordmeister, internationaler Sieger, den Prophet Piet Rania. We get some rules to follow, that airless, easy to lose, no one knows. We get these pills to swallow, how they stick in your throat, taste like gold. Normalerweise nur nach dem Spiel, das ist eine Ausnahme, aber nur wenn ich von Ihnen das LHL 2007 geschenkt bekommen wird, wie bei Premieren. Aber er ist nur ein Spieler des Tageswurst. Ja gut, hast ja recht. Aber da bin ich ja nicht mehr weit von entfernt. Was sagen Sie am Tor? Ja, ich würde mal sagen, totale Dominanz. Heute Uhr? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020